Aus dem tiefsten Dschungel Perus kommt überraschender Besuch auf der Suche nach einem Zuhause. London. Bräuner voraus, nicht hinsehen. Der Bär will uns sicher nur irgendwas verkaufen. Hallo, du. Mary. Hallo. Ist ein junger Bär, der unsere Hilfe braucht, Henry. Und was wirst du jetzt machen? Naja, ich dachte, ich werde einfach in dem Abfalleimer da schlafen. So gehört sich das. Nur für eine Nacht. Haben Bären überhaupt Namen? Mein Name ist... Ach so. Versuchen Sie es. Mr. Brown, das war ausgesprochen unhöflich. Möchtest du einen in unserer Sprache? In ihrer Sprache? Paddington. 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 Paddington? Oh, Entschuldigung. Gefällt mir. Nach dem mildbekannten Bestseller. Er wohnt auf dem Dachboden und ihr schließt alle die Türen ab. Oh, schaffst du's? Alles gut. Dieser Bär stellt eine Gefahr für diese Familie dar. Abgefahren. Gleich morgen früh verschwindet der Bär hier. Das ist Paddington. Er ist ein Bär. Das kann ich sehen. Vom Produzenten von Harry Potter. Diese Kreatur bedeutet mir sehr viel. Ist es eine gefährdete Art? Jetzt schon. Die pelzige Bedrohung ist allein zu Haus. Ich werde dich ausstopfen, Bär. Verzeihen Sie, wie bitte? Diese Weihnachten. Paddington ist das Beste, das den Kindern jemals passiert ist. Er liebt ein kleiner Bär. Heißer Wind. Zwei heiße Binde. Ich hoffe, ich sehe jetzt nicht komisch aus. Sein größtes Abenteuer. Es spielt keine Rolle, dass er einer anderen Gattung angehört. Oder, dass er eine beunruhigende Schwäche für Orangenmarmelade hat. Paddington gehört zur Familie. Paddington? Ich komme. Was diese Familie brauchte, war eine Prise Chaos. Aha! Paddington. Mit der Stimme von Elias M. Barek. Eigentlich macht das Spaß. Das Abenteuer beginnt Dezember 2014.